Jetzt liegt sie vor, die Digitalstrategie der Bundesregierung. Und das ist ein wichtiges Signal des Aufbruchs. Deutschland wird digital. Wir wollen unter die Top Ten in Europa mit einer Strategie, die sich nicht im Abstrakten und in Visionen verliert, sondern ganz konkret die Projekte nennt, die jetzt angepackt werden müssen. Drei große Hebelprojekte, 18 Leuchttürme und dann in der Breite, mit allen Ressorts geschlossen, Deutschland zu einem führenden Digitalstandort machen. Untertitelung des ZDF, 2020